Mein Name ist... Ich bin zwar... Aber hab ne... Wo möchtest du begraben werden? Jetzt! Wo bist du? Ich möchte gerne dort begraben werden, wo meine Kinder wohnen. Weil sie später zu dem Grab, dass Menschen kommen können. Sie später zu dem Grab, dass Menschen kommen können. Sie später zu dem Grab, dass Menschen kommen können.